Also gut, alle mal herhören. Der Ruf unseres Unternehmens ruht auf unseren Schultern. Damit unsere Systeme sicher und zuverlässig bleiben, müssen wir auf Störungen vorbereitet sein, die von überall auf uns hereinbrechen können. Zu jeder Zeit. Insider-Bedrohung! Systemausfall! Rancidware! Neuer Code! Zero Day Exploit! DDoS Attacke! Macht euch auf eine unerwartete Traffic-Spitze gefasst. Sekunde, Sekunde. Ihr müsst nicht gleich ins Schwitzen kommen, um resilienter zu werden. Ihr braucht nur Splunk. Splunk hilft Ihrem Unternehmen, jede Störung zu meistern. Sie können schnell reagieren, Ihr Unternehmen noch schneller weiterentwickeln und Sie sind auf alles vorbereitet. Spannende Musik Spannende Musik